Der ist es! Holt sie schnell an Bord! Macht schon! Wer los da? Rüber damit! Er ist in der Gefängnis! Kommt ja! Alles in der Luft! Euer Leben liegt in meiner Hand. Alles klar? Da kommt ein Boot, Leute. Ihr müsst alle runter in den Fischladeraum gehen. Dieser Laderaum ist kein Ort für Menschen. Ihr könnt froh sein. Ich bleib hier. Das ist ein Befehl! Beeilt euch und seid vorsichtig! Das ist ein Befehl! Das ist ein Befehl! Vielen Dank.